Hey Leute, ich bin's, MacPabrik. Ihr habt euer Passwort vergessen und wollt dieses zurücksetzen und neu anfordern. Ich zeige euch einmal, wie das geht. Ganz wichtig dazu ist natürlich, dass ihr eure E-Mail-Adresse angeben müsst, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, das Konto muss ja irgendwie jemandem zugeordnet werden. Dann geht ihr hier auf Passwort vergessen drauf. So, da gebt ihr jetzt dann eure E-Mail-Adresse ein, damit das Konto eben zugeordnet werden kann. Ihr sagt weiter und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Sicherheitsabfragen zu beantworten. Bei mir ist hier nur die Möglichkeit, eine SMS zu erhalten, da ich meine Telefonnummer hier hinterlegt habe. Einige von euch haben vielleicht auch die Paypal-App, dann hätte man zum Beispiel auch hier die Möglichkeit oder man kann eine Sicherheitsfrage beantworten, insofern man die seinem Konto hinterlegt hat. Zum Beispiel, wie ist der Mädchenname eurer Mutter oder irgendwas ähnliches. Und dann geht ihr hier auf Weiter. In meinem Fall würde ich jetzt per SMS eine neue Passworteingabe bekommen. Erstmal eine provisorische, die ich eingebe. Und danach würde ich dann ein neues Passwort festlegen müssen. Weshalb, wenn ich jetzt auf Weiter gehe, würde ich hier mein Passwort ändern. Will ich natürlich nicht, aber so einfach geht das. Wie gesagt, ihr müsst natürlich irgendwas hinterlegt haben, aber in der Regel geht Paypal ohne irgendwelche hinterlegten Sicherheitsmechanismen nicht. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Pavrik.